Andi Neumeyer, der Torschütze der Regionalliga Bayern hier bei den Münchner Löwen. Was machst du denn hier? Ich habe gestern einen Anruf gekriegt, ob ich Zeit habe und mal mittrainieren will. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe nichts zu verlieren. Ich trainiere heute mal mit und so ist es dann gelaufen. Ich habe heute mal mittrainiert. 24 Tore, das ist schon eine Hausmarke, wo man auch mal neben Benni Laut hier im Training auflaufen kann. Gab es denn den ein oder anderen Tipp von ihm? Nein, wir haben nur kompakt verschoben, wir haben kurz geredet, wie wir spielen und fertig. War ganz lockeres, anfangs erstes Training. War noch nichts weltbewegendes. Eigentlich hat man von dir gehört, dass du erstmal mit dem Fußball ein bisschen kürzer trainen willst. Du hast auch ein Restaurant in München. Jetzt erzählen wir dich hier beim Trainingsplatz bei den Löwen. Wie geht es denn bei dir als Fußballer weiter? Das wird sich die Tage entscheiden. Aktuell ist der Stand, dass ich kürzer trete. Ich stehe in Verhandlungen, gebe ich zu, aber voraus ist da noch gar nichts. Für die Münchner Löwen auflaufen, was wäre das für dich? Ein Traum. Ich weiß selber, ich habe drei Jahre hier gespielt. Das ist gewissermaßen mein Heimatverein auch. Drei Jahre Jugend noch gespielt. Herz hängt da schon ein bisschen dran. Super. Warum sehen wir dich im nächsten Jahr bei den Münchner Löwen? Warum? Sehr raffinierte Frage, aber kann ich leider noch nicht beantworten. Super. Dankeschön. Gerne. Danke.